So Leute, geht gleich im Anschluss weiter. Nicht erschrecken, links neben uns ist ein Creeper. Gut, ein Stück weiter links neben uns. So, den einen Spawner, den haben wir ja gerade geholt. Bleibt noch der andere. Hier sieht man wieder nichts. Das hat jetzt meine Ordnung durcheinander gebraucht. So, jetzt. So, dann. Geht's hier lang? Zu weit, allzu weit weg dürfte er eigentlich nicht mehr sein. Gut. Gut, na warum nicht? Ist auch ein Zombie-Spawner Du kommst mit Machen wir Platz hier Dann haben wir den Aufwärts in Position Wieso kann ich den eigentlich nicht abbauen? So Welches Portal? Gut, das Ding Die Stücke hört bitte Ihr wisst ja, lieber Vorsicht Lieber Vorsicht walten lassen Erstmal eine Fackel hier Damit die nicht so doll spawnen Jetzt geht es hier wieder rein Du kommst jetzt da rein Hier muss jetzt Eisen rein Dann packen wir das da auch mal rein Zack Jetzt würde es da wieder rein kommen Solange bis es halt voll ist Na, der pumpt bestimmt gleich wieder nach Ist doch noch verbunden, oder? Ah, er sucht noch Ist er da hinten, glaube ich, aufgefüllt? Ja Eins, zwei, drei Ach, weil er hier nochmal connected ist, genau Deswegen sagt er vier Connections Könnte man unterbinden, indem man da so ein Filter einbaut Sagt, da geht nur das und das lang Aber warum sollte man So Dann Aber hier ein neues Level Ich hätte gesagt Spalten immer beim nächsten Mal Nein, machen wir das da einfach Jetzt können wir Holz spalten Gut, dann Noch einmal, okay Ich dachte, das reicht Gut Gut, ich könnte auch neue Eisenschwerter machen Ist auch eine Möglichkeit Aber Pff Nö Solange es Energie hat, ist es gut dabei Nur wenn es dann keine Energie mehr hat Dauert Kohle ist auch bald wieder leer Ah ja Kommen mich jetzt schon besuchen Bring sogar Enderperlen mit Hast du gesehen? Hast du gesehen, was ich hier machen wollte? Und hast du gesagt Jo Den unterstützen wir Telefon Wenn der nicht einmal seinen Mund hält Das blöde Telefon Dann gibt es aber her Äh, wenn es nicht nochmal sein Mund hält Stell das eh gleich vor die Tür Gut Was brauche ich denn? Ich brauche jetzt ein Boah Irgendwas mit Fleisch war es doch Ne, Schlachten Irgendwas mit Schlachten Musste gerade mal niesen Telefon Gold Ah, das war das Problem Gold Gold war das Problem Ja Halten wir mal nimm dir Wieder was neues zu essen Gold 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 Warte mal was denn genau da An Gold Schlagkessel Nee Zwei extra Ich hab genau das Was man nicht braucht Mit Gold gemacht Gold Na, dann müssen wir gleich mal ein bisschen tauschen Äh, Farm Nicht tauschen Oder tauscht irgendwas Gold? Ich glaube nicht Schlagkessel Was macht man damit? Kurz mal hier klicken gehen Ich glaube die schweigen jetzt alle Ne Spawn noch schön Ich meine ich könnte zwar ein Tödel hinstellen Aber die XP Die sammelt da nicht Ein Und da wir die XP ja hier brauchen Wir landen ein bisschen schlecht Ich brauche gleich zwei Wie viel Gold brauche ich denn da? Ach du meine Güte Hilf Ja dann werde ich jetzt wohl mal ein bisschen Gold suchen gehen Ach du hast gerade so auf mich gewartet oder? Irgendwo Gold Wo könnte ich da am besten hingehen? Ich meine ich könnte mich jetzt hier einfach gerade nach unten kramen aber Hm Ob das denn das so das wahre ist? Ich glaube nicht Ich glaube nicht Hm Habe ich mich Ah hier hatte ich mich doch schon irgendwo ein bisschen untergekramen Hier lang Licht Nee Licht Nix Hm Platzierst du hier mal irgendwo ein Licht? Doch dieses blöde Telefon Dieses blöde Telefon Das drückt mich so auf Naja warum ich jetzt ein bisschen still bin Ich bin am überlegen wie ich vorgehe Weil bis jetzt habe ich ja die Sachen gemacht die eigentlich nicht so geplant waren Und wenn erst für später Deswegen muss ich da jetzt ein bisschen überlegen Wie ich da als nächstes vorgehe Wie ich da als nächstes vorgehe Wie ich da als nächstes vorgehe Ach Telefon Halt ein Worte im Mund das dauert ja noch ewig hat dann meine verzauberung hier schon ne ich nehme das jetzt einfach mit einfach angehalten hier sind alle dort nur wegen mir kurz am headset da war ein ender man den hatte ich habe ich jetzt auch auf dem radar ich habe rückstoß da ich noch halt ein bisschen schäkern kann man probieren da geht es wieder hoch hier geht es runter wenn ich grabe ich da gleich weiter machst du hier mal irgendwo ach das ist rotenflash auch was anderes habe ich gerade nicht äh licht ich brauche jetzt bloß nur eins hier von diesen scherben für formcraft und ich sind da die ich weiß es nicht ich glaube da sind die aber mehr sind nicht da oder passt mal auf creeper weg rückstoß 2 geil haltbarkeit 3 muss ich aufheben gold brauche ich gold 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 vorsichtshalber mal ein portal hier irgendwo in der ecke klatschen falls ich hier sterben sollte dass ich wenigstens schnell wieder hier hinkomme sie doch mal nach weiter unten aus sie gold gibt keine ahnung irgendwo wird sie auch gold geben ich schwein gehabt telefon halts blöde telefon ich sag euch das kaufe ich mir nicht noch mal akku kann ja auch nicht leer sein und wenn das sucht netz jetzt das ist pech leute wartet mal klima mit ich muss ja kurz warten so mein freund telefon netz hat noch an kleinen moment so da geht es auch schon weiter und diamanten haben wir auch gefunden die brauchen wir eigentlich gar nicht am mitnehmen tun wir also trotzdem so gold ist ja auch nicht mehr das eisen lasse ich auch mal hier ich bin eigentlich bloß wegen dem gold hier ich bin nur wegen dir hier und deswegen gucke ich mal ein bisschen weiter rum mit dem mal kurzem prozess oder besser acht habe ich gemacht wow das war gerade knapp ich habe nämlich leicht beim dings nach links gezogen gerade eben beim laufen und da war ja lava das hätte übel ausgehen können ah meine freunde ich wollte gerade sagen wo das nicht gold denn aber das lag denn da noch oh mein gott wer braucht denn schon diamanten wer braucht so einen müll das sehe ich im moment nicht aber wenn wir schon hier sind können wir gleich noch ein bisschen mehr gucken jetzt ah das ist nur drum ok sechs diamanten haben wir schon gold nicht dir verstanden äh spinne also nicht ich spinne sondern da irgendwo ist eine spinne ne ich glaube hier geht es nur nach oben so dann holen wir das portal erstmal hier runter ihr wisst ja falls zwar sterben können wir wenigstens hier an diese stelle habsen das war eigentlich gerade eben nicht was ich gemacht habe ich stand auf einem untergrund der von schwerkraft beinträchtigt wird und habe und habe block update gemacht in dem ich da den den abgebaut hatte das hätte übel ausgehen können so hier ist anscheinend nichts mehr ach so hatte ich zugemacht ich brauche jetzt ach so du musst erstmal wieder pause machen aber du warst aus gelb und blau gold so ich brauche jetzt 512 und 128 so das passt kurz kicken verbrennung 2 ist nicht so das was ich mir oft hatte hier macht er gleich weiter das regnet so noch oder ich will mal kurz was gucken ach so da geht es auch schon weiter ich glaube ich verlegte da oben lang nicht da jetzt so ein zauberbuch ach so dauert noch kurz oder ich mache es einfach so oder ich mache es einfach so kann ich hier wenigstens noch von unten zugreifen ja klar bei euch zu ach das war gerade auch verschwendung und ich will nämlich gucken ob der das schwert und alles so automatisch rausnimmt wenn ja muss ich mir was einfallen lassen so ich werde dann mal pennen gehen damit ich den Regen auch überspringe ich dachte ich dachte pennen nicht die Truhe öffnen gut dann Kohle wollte ich holen warum mache ich das nicht so dann gehen wir jetzt mal du kriegst mehr und du kriegst noch was du kriegst mehr und du kriegst noch was ne neue baue ich mir nicht ich reparier die lieber verbrennung ich bin eigentlich nur auf looting aus verbrennung hm 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 was auch gold dürfte direkt schon durch sein genau 2048 64 hier kommt auch raus erreicht immer noch na dann ich kraft jetzt da endlich mal für diese Da brauche ich neue Pipes Glas habe ich dort noch, habe ich noch Redstone habe ich noch Smoothstone habe ich noch Ach komm, machen wir gleich ein paar mehr Stack voll Da hätte ich doch noch eine gehabt Naja, ist auch nicht so schlimm Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm Hm Dann, was brauche ich jetzt Aha, das Gold Hm Vielleicht schon mitbekommen So Also das Ding holt schon Energie raus, das ist schön So, da hat er beides raus gezogen Beides So, die Bücher lasse ich dann irgendwo Anders Speichern Ich hoffe mal, dass das geht So Du kommst jetzt hier in den Amboss rein Ich setze mein ganzes Eisen weg Ja, was für ein schöner Back Wir haben ja auch so viel Eisen Hm Hm Naja Ach wird dann gleich automatisch rüber gegeben Ach ne, das ist meins Das andere müsste Ja Ach, was zaubert das Ding eigentlich Ach ne Ich brauch das Eisen Kohle Wo bist du Moment, was sagt er eigentlich bei Hier haben wir auch noch Pipes Das ist ja Hauptsache Ach, egal Wenn ich da das jetzt sage Schärfer eins Das will ich mal kurz testen Ne, das muss ich anders machen Ne, das muss ich anders machen So lasse ich hier wieder hinschicken Und den Rest Ne, da kann er auch Bücher rein packen Das ist blöd, 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 blöd Das ist blöd, 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 blöd Richtig blöd Note Zack Machen wir wieder zwei Wie macht man das jetzt So, mal gucken was er gleich sagt, wenn er hiermit fertig ist Wie ist es buchen Wie ist es buchen Wie ist es buchen Wie ist es buchen Wie ist es denn hier auch hin Ne, nicht nach unten Wie ist es buchen So 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 Wie ist es buchen 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 Süd dabei Wie ist es buchen Wie ist es buchen Wie ist es buchen Wenn jetzt hier Wasser wäre Und das hier rin kommen könnte Würde Wasser hier eventuell auch rin gehen Aber das kann ich Kann ich natürlich auch unterbinden Aber so schlimm wäre es jetzt auch nicht Außer dass er dann mehr suchen müsste Und deswegen lasse ich es so So Mal gucken Den Rest packt er da rein Ne, den anderen packt er in schwarz Ach, jetzt komme ich ganz durcheinander Ne, 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 das war schon so richtig Ach, schmeißt er die Truhe weg Das andere kommt nach oben Weiß Das heißt Wenn er jetzt hier gleich fertig ist Sollte er das Buch Hier oben reinpacken Und das Schwert Wenn es richtig ist Hier rein Ich hoffe, dass es nicht genau stimmen muss Speed, Mining, Stacks, Creative Weil sonst hätte ich hofft Wie bei dem Thermal Expansion Dass man da irgendwie Ignore NBT Oder was ist das Metadata Der hintere Dass man wirklich dann nur sagt Das ist ein Monster Ne, ich kann nicht pennen gehen Alter, rum So, wie man hier sieht Das ist hier nicht rein gegangen Sage ich halt dem Filter noch So, nehme ich das Schwert mal raus Sag ihm so Wenn sie so kaputt sind Soll er sie unten rein schieben Den Rest schiebt er hier oben rein So, dann geht der hier Mit dem kaputten Rind Und ein Eisen Was wir jetzt noch nicht haben Packen wir da ein Eisen rein Jetzt sollte er das Und noch wieder rausziehen Irgendwie Ah, doch Er hat es gefunden Hat er es jetzt hier oben rein Gepackt So, wenn ich ihm jetzt Den Filter aber allerdings wieder sage So Was ist das für nicht Hm Jetzt muss ich anders machen Das muss ich anders machen Ich meine, ich kann neue Eisenschwerter herstellen Und dann zwei Eisenschwerter Verbinden lassen Dann brauche ich die Maschine nicht Den Auto In will Dann brauche ich es ein bisschen um Weil so brauche ich es nur E plus Erz Und zwar brauche ich Ich brauche ein Crafty Turtle Ein Turtle Und eine Wirkbank Ne, meinen brauche ich eventuell noch Deswegen werde ich den mal nicht verhökern Habe ich eigentlich nur eine Glasscheibe Ach, habe ich mir auch nicht gegeben, oder wie Ja, richtig Gut, zwei Wäre ein vier Ich brauche aber sechs Wegen dir kann ich nicht pennen, oder wie Schieb dich bis ans andere Ufer Da muss ich mir was anderes einfallen lassen Oh, ich habe schon eine Idee Nämlich ein Crafty Turtle Ach, hatte ich ja gerade schon gesagt So ein Möll So, die Zeit ist allerdings schon wieder um Das heißt, ich werde jetzt einen neuen Part starten Den ich gleich im Anschluss wieder aufnehme Und dann sehen wir uns gleich wieder Bis gleich So Leute, hätte ich da fast vergessen Ich wünsche euch noch viel Spaß Beim was immer ihr gerade macht Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, Nachmittag, Vormittag Was auch immer gerade bei euch ist Und sage, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal Euer Amciage Ciao